Herzlich Willkommen zu einem neuen Paar von Let's Play 5 Minuten. Ich hoffe, wir spielen Simon 0 0 8 9 0 1 Sieht so aus, ob wir einen beschleunigten Drachen bekommen. Ähm. Ja, sieht er danach aus. Ich spiele mal diese Variante. Ähm, jetzt hat er Springer D5 oder Springer G8. Also nach Springer G8 kommt Läufer D4. Er scheint schon nicht zu kennen. Das ist schon mal gut für uns. Ich muss unbedingt mal mein Repertoire wieder updaten. Also... Ich habe letztens eine ernste Partie gespielt und... Ja, war einfach... War einfach nicht gut. Hm. Das könnte ich sogar mit dem Läufer nehmen. An den dann spielt er Springer F6. Jetzt kann er wenigstens nicht ruchieren. Okay, Springer F5. Ja. Ich muss jetzt auf die Diagonale aufpassen. Ich habe nämlich letztens den Zufallsschach da richtig geblendet und das möchte ich jetzt hier auch nicht machen. Oh, E6. Das schreit dazu nach Springer E4, ne? Na... Na... Ja... Hm. Ja, ja. Ich hoffe, er zu F5 wäre auch cool, aber im Moment kann er dann noch E5 nehmen. Aber sonst bin ich zu langsam. Ach, spüren wir einfach den. Jetzt kann er wieder nicht ruchieren. Ich weiß nicht, warum er das gemacht hat, aber... Springer D6, König D8. Gewinne eine Qualle. Ah, ne, da kann er E7 gehen. Ah, ne, jetzt ist Turm F7. Turm F7, König D8. Ja, gut, jetzt gewinne ich eine Figur. Auch gut. Jetzt droht Springer F7. Na, dieser Tausch war nicht gut. Er hätte einfach ruchieren sollen. Weiß nicht, warum er das nicht gemacht hat. Jetzt habe ich Turm G8. Weil mein Läufer auf C4 ist noch gedeckt. Yo. Ja, beschleunigter Drache. Ähm, ja, hier kann man auch... Ich glaube, F3 kann man auch spielen. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ähm, okay, Springer E5. Das ist der andere Zug. Ähm, ja, der ist ein bisschen aggressiver für Schwarz, aber... Okay, er hat Springer G8 gespielt. Ähm, normal spielt man jetzt hier Dame A5 oder Dame C7. Ich weiß gar nicht genau. Genau, Läufer C4. Ja, Läufer C4 ist der eine Zeug. Man kann aber auch F4 spielen. Ich glaube, man spielt da auch Turm B8 oder nicht irgendwann. Die Idee... Manchmal nimmt Schwarz hier, man spielt mal Läufer B3. Ich weiß aber nicht mehr genau die Züge. Wie gesagt, ich muss mein Repertoire mal updaten. Ich habe viel zu viel Endspiel gemacht in letzter Zeit. Oh, ja, E6. E6 ist auch cool. Und die Idee ist, wenn er nimmt, nimmt... Wenn er dann hier nimmt, hat er eine scheiß Bauernstruktur. Außerdem hängt der Turm im Moment. Aber wenn, dann hätte er eine scheiß Bauernstruktur. Ja, E6 ist gut. D5... Oh. Oh, oh. Ja, immer... Taktik. Taktik, Taktik. Den kann ich halt nicht nehmen, weil mein Läufer hier hinterhängt. Was sagt die Endlöden auch Springer E4? Ja, jetzt einfach hochradig. Ich weiß gar nicht, warum er den genommen hat. Das ist jetzt voll schlecht für ihn. Ah, er hat ja noch D5. Muss ich erster Schach geben, ne? Ah, das ist ja richtig gut. Sogar Martin 2. Kurze Partie, aber trotzdem viel... schief gegangen. Ja, okay. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis zum nächsten Mal. Mach rein, ciao.